Ellen Eni hat die Ergebnisse des aktuellen ARD-Deutschland-Trends. Ellen, wie stehen denn die grünen Anhänger zur Kanzlerin Merkel? Also das ist wirklich erstaunlich. Wir fragen ja regelmäßig nach der Beliebtheit der Kanzlerin mit der Frage, wie zufrieden sind sie mit der Arbeit von Angela Merkel. Und da sind aktuell von allen Deutschen 52% mit ihrer Arbeit zufrieden. Gucken wir mal auf die Unionsanhänger. Da sind 76% zufrieden. Das ist nicht erstaunlich. Aber gucken wir auf die Anhänger der Grünen. 71%, fast der gleiche Wert wie bei den Unionsanhängern, sind mit der Arbeit der Kanzlerin zufrieden. Und das ist doch sehr erstaunlich. Denn an der Stelle sei es noch mal gesagt, die Grünen sind auf Bundesebene in der Opposition. Wenn man aber dann konkret danach fragt, wie sieht es denn mit einem schwarz-grünen Regierungsbündnis auf Bundesebene aus, dann ergibt sich ein anderes Bild. Denn das ist nicht die Lieblingskoalition der Deutschen. Wäre Schwarz-Grün eine gute Koalition für das Land, sagen 36% ja, das wäre das. Das sind aber 10 Punkte weniger im Vergleich zum September, wo wir diese Frage schon mal gestellt haben. Spitzenreiter in der Beliebtheit bei den Deutschen ist die Große Koalition, also das Bündnis aus Union und SPD. 48% halten die für gut für das Land, plus 3 im Vergleich zum September. Und wir haben auch nach Rot-Grün-Rot gefragt, also dem Bündnis aus SPD, Grünen und Linkspartei. Auf dem 3. Platz mit 33% gut für das Land, plus 2 im Vergleich zu September. Aber es ist doch eine ganz deutliche Nachricht. Jeder 2. Deutsche wünscht sich eine Fortsetzung der Großen Koalition. Also, wenn die Deutschen eine Fortsetzung der Großen Koalition wünschen, heißt das, dass die Deutschen mit der Regierung zufrieden sind? Nein, so einfach ist das nicht. Denn die Deutschen sind mehrheitlich unzufrieden mit der Arbeit der Bundesregierung. Auch diese Frage stellen wir ja regelmäßig. Und wir gucken jetzt heute mal auf die gesamte Legislaturperiode und beginnen mit März 2014. Zufriedenheit, 47% der Deutschen mit der Arbeit der gerade erst ins Amt gerufenen Bundesregierung. Die schlängelt sich dann so über die Monate und die Jahre durchs Land. 59% Zufriedenheit im August 2014. Das war der beste Wert dieser Legislaturperiode. Der schlechteste im Februar 2016. Dieses Jahr also mit 38%. Und jetzt aktuell im November 43% Zufriedenheit. Das ist nicht ganz unten, nicht ganz schlecht. Aber es ist auch kein wirklich guter Wert. Spiegelt sich das auch in der Sonntagsfrage wieder? Kaum, muss man sagen. Erstaunlicherweise. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann bleibt die Union stabil bei 33%. Die SPD stabil bei 22%. Die Linken stabil bei 9%. Die Grünen verbessern sich um einen Punkt auf 12%. Die FDP bleibt stabil bei 6%. Und die Alternative für Deutschland verliert einen Punkt, landet bei 13%. Also wirklich sehr, sehr wenig Bewegung in der Sonntagsfrage zurzeit. Das ist nicht ganz gut. Nur Fohlhoi Die Daumen Die Daumen Die Daumen Weden Le Pen Was hat das ist ¡Karte!